Hallo und herzlich willkommen beim ersten Übungsvideo zum Thema Integralrechnung. In diesem Video berechnen wir das bestimmte Integral einer Polynomfunktion und überlegen uns anhand des Funktionsgraphen, was das geometrisch bedeutet. Wir betrachten die Polynomfunktion f von x ist gleich minus x hoch 3 minus x² plus 5x plus 2. Ich habe den Graphen dieser Funktion gezeichnet und zeige ihn dir natürlich. f von x ist eine wunderschöne Polynomfunktion dritten Grades. Nehmen wir an, uns interessiert aus irgendeinem hier nicht weiter ausgeführten Grund die Größe der Fläche, die diese Funktion mit der x-Achse im Intervall von 0 bis 2 einschließt. Da dieser Satz viel komplizierter klingt, als er eigentlich sollte, habe ich die gesuchte Fläche in der Zeichnung blau markiert. Einen Grund dafür, warum wir gerade dieses Stück berechnen wollen, darfst du dir selbst überlegen. Ich sage dir viel lieber, wie wir das anstellen können. Wir berechnen das bestimmte Integral von f von x dx in den Grenzen von 0 bis 2. Das Integral von 0 bis 2 von f von x dx ist gleich Integral von 0 bis 2 von Klammer auf minus x hoch 3 minus x Quadrat plus 5x plus 2 Klammer zu dx. Wie beim Differenzieren dürfen beim Integrieren die Summanden einzeln betrachtet werden. Minus x hoch 3 integriert ergibt minus x hoch 4 Viertel. Zur Kontrolle kannst du minus x hoch 4 Viertel ableiten, was wieder zu minus x hoch 3 führt. Integriere die verbleibenden Summanden selbst. Wir erhalten, eckige Klammer auf, minus x hoch 4 Viertel minus x hoch 3 Drittel plus 5x Quadrat halbe plus 2x, eckige Klammer zu, in den Grenzen von 0 bis 2. Um das bestimmte Integral auszurechnen, setzen wir die Grenzen ein und berechnen Groß f an der Stelle 2 minus Groß f an der Stelle 0. Groß f ist die Stammfunktion der Funktion f, die wir gerade vorher berechnet haben. Wir setzen als erstes die obere Grenze 2 für x ein und erhalten, Klammer auf, minus 16 Viertel minus 8 Drittel plus 20 halber plus 0, Klammer zu, minus 0, da Groß f an der Stelle x gleich 0, 0 ergibt. Fertig ausgerechnet erhalten wir 7 Ganze ein Drittel als Ergebnis. Das bestimmte Integral können wir also zum Berechnen von Flächen verwenden, die eine Funktion mit der x-Achse in bestimmten Integrationsgrenzen einschließt. Wir sehen uns im nächsten Video.